Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Präsident, in der Tat mit einer Abschlussrede, ich will mich trotzdem kurz fassen. Es ist die zweite Lesung, ich weiß, Sie warten auch schon zwei Stunden, wir hängen auch schon fast zwei Stunden nach hinten und ich weiß, dass die Aufmerksamkeit eigentlich auch schon bei allen im Keller ist, man sieht es Ihnen an, mit Verlaub. In der Tat, zweite Lesung, ich will es kurz machen, wir haben das mit den 50.000 Euro für den Dachverband geklärt, die gibt es jetzt also dauerhaft und fest fixiert. Wir haben festgehalten, dass der Landtag sich dazu bekennt, dass man in Brandenburg niederdeutsch sprechen kann. Wir haben festgehalten, dass man in den Kitas kann und in den Schulen soll das Niederdeutsche aufgreifen, wenn der entsprechende Bedarf da ist, das heißt, wenn Eltern das also anmelden und wir haben festgehalten, dass das Ministerium, finde ich sehr mutig, ist gerade nicht da der Minister, Ihnen behilflich ist bei der Beschaffung und die Beschaffung heißt auch die Erstellung von Lehrmitteln. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht ganz einfach ist, dafür auch Lehrbücher zu haben, Sprachkundesachen zu haben, insofern glaube ich, ist es heute ganz gut. Ich komme mal, weil ich weiß, dass Sie da sind, auf die Broschüre gehen. Mein Nachbardorf heißt, da sind ja die Orte drin, wie sie heißen könnten, mein Nachbardorf heißt eigentlich Fredersdorf, hier steht drin Fräerstorp und Fräerstorp ist schon Fräerstorp. Und ich will sagen, weil wir immer wieder das Thema Konnexität hatten, wie können wir den Kommunen helfen. Wenn meine anderen Dörfer, die hier drinstehen, das wäre dann Dimmstorp, das Dippmannsdorf, das wäre Schwanebeck, Schwanebeke oder Röösen, dann würde ich denen dabei helfen. Das muss man nicht über große Gesetze machen, sondern das kriegt man, glaube ich, auch so hin. Und in Fräerstorp hat es sehr geholfen, dass die Leute gesammelt haben und gesagt haben, damit bezahlen wir unsere neuen Ortseingangsbilder. Das ist eine tolle Sache gewesen. Und abschließend würde ich nur noch sagen, in meinem Dorf Lütte, das wird hier nicht erwähnt, heißt es beim Bäcker Lütte. Vielleicht nehmen wir das noch mit auf. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt wende ich mich an Sie. Ich will auch das kurz machen, will das gar nicht so weit ausführen. Frau Swieter hat das heute schon ganz gut gemacht, oder gestern war das. Meine ehemalige Kollegin, die mal Justizministerin war, Barbara Riechstein, von ihr und mir gibt es wunderbare Hochzeitsbilder. Wir wurden nämlich am gleichen Tag im Alten Landtag noch verheiratet und als wir dann so dastanden, also vereidigt wurden wir eigentlich, als wir dann so dastanden mit unserem Blumen und dem Frack und Livret, sagten einige, das sieht aus wie frisch verheiratet. Waren wir aber nicht, sondern wir wurden einfach nur vereidigt. Es waren fünf spannende Legislaturperioden. Die eine habe ich nur als Minister mitgemacht, die anderen als Abgeordneter. Und ich muss sagen, ich hatte immer wirklich große Freude. Der Mensch neigt, glaube ich, eh dazu, dass er die positiven Erinnerungen überhöht, die negativen doch eher verdrängt. Jedenfalls bei den Erinnerungen, die im Herzen bleiben, nicht die, die auf Zetteln stehen. Vielleicht halt deswegen auch manche eh so lange, weiß ich nicht so genau. Aber auf jeden Fall neigen wir, glaube ich, dazu. Und für mich bleiben ganz, ganz viele schöne Erinnerungen. Und ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich viele Telefonate geführt habe, für die ich mich im Nachhinein eigentlich bei meinen Fahrern entschuldigen müsste, weil ich da manchmal Dinge gesagt hatte, von denen ich im Nachhinein gemeint hätte, die hätte ich besser nicht mal gedacht. Und Sie mussten das trotzdem mit anhören. Ich erinnere mich an viele andere Sachen, die ich jetzt aber gar nicht mehr ausführen will, weil ich gerade sagte, wir hängen schon mächtig in der Zeit. Ich bedanke mich bei euch, bei Ihnen, bei den vielen Kollegen in den unterschiedlichsten Ministerien, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, bei den Kolleginnen und Kollegen, die hier haben auszuarbeiten, egal in welcher Ebene. Ich bedanke mich aber insbesondere bei meinen Wählerinnen und Wählern, die mich immer wieder mit hoher Zahl gewählt haben, aber auch bei denen, die mich nicht gewählt haben. Meine Damen und Herren, es war mir eine Ehre, Ihnen dienen zu dürfen. Danke.